Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen, Zuschauer, Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine Antwort möchte ich dem Kollegen Eiskirch gerne noch geben, wo ich – es ist ja schwierig, darauf zu antworten direkt – und zwar die Ausstattung des EFRE-Programms, die Schwerpunktsetzung, genau die wird doch zwischen der Landesregierung und der Kommission verhandelt. Ich kann also nicht glauben, dass die Regierung jetzt wirklich keinen Einfluss darauf gehabt hätte, diese Schwerpunktsetzung zu machen. Und außerdem entscheidet die Kommission ja nicht völlig alleine über diese Umstände. Das wollte ich noch hinzufügen. Liebe Kollegen, als wir an diesem Ort über den Wirtschaftshaushalt des Jahres 2013 geredet haben, haben wir Piraten dem Wirtschaftsminister Dün Mutlosigkeit vorgeworfen. Dieser Vorwurf war in der Rückschau falsch und unbegründet. Mutlosigkeit ist das falsche Wort. Tatenlosigkeit trifft es besser. Eine Wirtschaftspolitik, die diesen Namen verdient, findet in diesem Land nicht statt. Dieser Befund muss sich jedenfalls aufdrängen. Wenn man unter Wirtschaftspolitik den Anspruch versteht, wirtschaftliche Entwicklungen aus der Politik heraus aktiv mitzugestalten, wenn man darunter versteht, Einfluss darauf zu nehmen, wie sich die Wirtschaft in diesem Land entwickelt, dann kommt man unweigerlich zu dem Schluss. Dieser Wirtschaftsminister macht sein Ministerium zunehmend überflüssig. Wenn der Wirtschaftsminister hingegen vor allem rhetorische Aufgaben hat, wie Herr Dün das vor einiger Zeit selbst formuliert hat, muss man sagen, schlecht macht er das nicht. Wir finden allerdings, dass sich Regierungspolitiker an ihren Taten messen lassen sollten. Da erkennt man schon aus der Ferne, es gibt nicht allzu viel zu sehen. Nun, es ist definitiv nicht so, als würde das Wirtschaftsministerium nichts tun. Im Gegenteil, es kümmert sich verlässlich um die Durchleitung von EU- und Bundesförderungsmitteln. Das ist eine wichtige Aufgabe. Schließlich besteht quasi die gesamte Wirtschaftsförderung des Landes in der Verteilung dieser Gelder. Doch auch hier wird deutlich, mit bewusster Gestaltung hat das nichts zu tun. Wenn es Geld von der EU gibt, dann freut es sich, Herr Minister. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn wir angeregt haben, sich bei den Verhandlungen über EU-Fördermittel für bestimmte Themen einzusetzen, und ich sprach die Breitbandförderung schon an, der Breitbandausbau, der in Nordwestfalen wirklich katastrophal langsam ist, dann haben wir von Minister Dün dazu nur ein Achselzucken. Aber halt, ich tue dem Minister Unrecht. Beim Breitbandausbau ist Bewegung zu spüren. Denn der Minister hat vor etwas über einem halben Jahr tatsächlich angekündigt, unverzüglich einen runden Tisch zu diesem Thema einzuberufen. Bei der sonstigen Tatenlosigkeit wird einem ja dabei fast schwindelig. Nach der Ankündigung haben wir allerdings sechs Monate lang gar nichts von diesem Gremium gehört. Also haben wir Piraten nachgefragt. Und die Antwort? Man werde schon bald ersten Experten einladen. Donnerwetter, schon nach sechs Monaten. Dieser Stil steht stellvertretend für die übrigen Abwesenheit von Ambitionen und Gestaltungswillen. Welche Themen gäbe es denn noch, für die sich Herr Dün einsetzen könnte? Da wären zum Beispiel landeseigene Förderprogramme, also die Programme, die das Land ausschließlich alleine finanziert. Hier hätte das Land Möglichkeiten, eigene Impulse zu setzen, unabhängig von den anscheinend so strengen Vorgaben aus Brüssel. Und gibt es diese Schwerpunkte von Herrn Minister Dün? Raten Sie mal. Wie wäre es mit der von Politikern so wortreich beschworenen Kreativwirtschaft? Das Wirtschaftsministerium hat vor gar nicht allzu langer Zeit eine Studie zu diesem Thema erstellen lassen, den Kreativreport NRW. Die Studie ist gelungen, die Analyse präzise. In NRW gibt es im Bereich Kreativwirtschaft noch echte Schätze zu heben. Hier liegt enormes Potenzial für Wirtschaft und Beschäftigung. Nicht zuletzt, weil Impulse aus der Kreativwirtschaft eben weit in andere Wirtschaftsbereiche hineinstrahlen. Ich vermute, Herr Minister Dün würde mir dabei zustimmen. Aber welche Konsequenzen? Entschuldigen Sie, das ist Herr Dr. Beuth, Herr Kollege Eiske. Ich würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, gerne. Werter Kollege Schwert, ist es richtig, dass Sie im Laufe dieser oder der letzten Woche Sie auch an einer Veranstaltung von der Europäischen Kommission für den EFRE eben auch zuständigen Herrn Dufay teilgenommen haben, in dem deutlich gemacht worden ist, dass zwar kleinteilige Fragestellungen des Breitbandausbaus aus dem EFRE mit unterstützt werden können, aber dass das, wo es uns im Kern darum geht, nämlich sozusagen das Ausrollen in die Fläche der wirklichen Ausbausituation nur dort möglich ist, wo Marktversagen festgestellt wird. Und das ist aus Sicht der Kommission in Nordrhein-Westfalen nur der ländliche Raum, und das deswegen nicht der EFRE, sondern nur der EFRE zur Verfügung stellen könnte. Mich würde es, wenn Sie das dort in dieser Veranstaltung mitbekommen haben, interessieren, warum immer weiter versucht wird, einen anderen Eindruck zu erwecken, der schlicht und ergreifend unrichtig ist. Herr Kollege Eiskirch, Zwischenfragen relativ kurz. Herr Kollege Schwert. Ja, ich habe an dieser Veranstaltung teilgenommen. Das wäre die Antwort auf die Frage. Selbstverständlich ist das so, dass er gesagt hat, eine flächendeckende Nutzung des EFRE-Programms ist in dem Zusammenhang nicht vorgesehen. Das war nicht die Intention. Aber erstens ist die flächendeckende Ausrollung dieses Programms ja auch über andere, nämlich zum Beispiel über landeseigene Fördermittel möglich. Und zweitens, das mit dem ländlichen Raum, das kann man ja dadurch regeln, dass man sich darauf konzentriert, wo sitzen denn zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen? Wo findet denn Forschung statt? Die findet ja nicht nur auf dem platten Land statt. Auch die muss eine Breitbandförderung bekommen und das kann sie über die entsprechenden EFRE-Programme. Gut, dann lassen Sie mich fortführen. Welche Konsequenzen zieht der Wirtschaftsminister aus der Feststellung, dass die Kreativwirtschaft so wichtig ist? Keine spürbaren. Immer noch wird die Kreativwirtschaft mit nur wenigen Cent pro Arbeitsplatz gefördert. Das ist viel zu wenig, wenn man da einen Effekt erreichen will. Wo wir schon bei Effekten sind. Was wissen wir bislang über Effizienz und Effektivität von Wirtschaftsförderung? Auf dem Papier sieht vieles sicherlich sehr gut aus. Aber wie stark unterscheidet sich das Abschneiden geförderter Unternehmer verglichen mit nicht geförderten Betrieben? Ich glaube, hier können wir noch viel Potenzial heben. Zudem gilt es, langfristige Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Selbst ein Wirtschaftsminister sollte langsam eingestehen, dass unsere wirtschaftspolitischen Zielkoordinaten nicht nur in der Steigerung des Bruttoinlandsproduktes liegen können. Es wird höchste Zeit, auch andere Indikatoren für wirtschaftliches Wohlergehen zu finden als bloßes Wachstum. Wie wäre es mit Nachhaltigkeit, Lebensqualität, vielleicht sogar Glück? Ja, gestatten Sie mir da ein bisschen gut, Gläubigkeit. Der Wirtschaftsminister könnte hier vorangehen. Er könnte richtig Politik machen. Er könnte in seinem Ministerium Pläne entwickeln und Ideen, wie wir in Zukunft leben wollen, wie wir leben können, wenn wir die Grenzen des Wachstums erreichen. Denn eins ist klar, unbegrenztes Wachstum ist nicht möglich. Sie sehen also, es gäbe eine Menge Möglichkeiten und eine Menge Themen, mit denen man zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik machen könnte. Ich kenne den Grund nicht, warum das nicht passiert. Ich stelle fest, bisher hat sich sein Ministerium in erster Linie als Verwaltungsapparat betätigt. Es fehlt der Wille, dicke Bretter zu bohren. Stattdessen beschränken wir uns also auf die Durchleitung von Fördermitteln. Das ist aber keine Politik, das ist Verwaltung. Ein Wirtschaftsministerium, was nur noch Verwaltungsministerium ist, macht sich überflüssig. Sollte dieser Trend anhalten, gründen wir doch lieber ein Internetministerium mit einem echten Minister an der Spitze. Das würde dem Land wesentlich mehr nützen. Es könnte Wirtschaftshemmnissen vorbeugen, wie die Wirtschaftsspionage durch die NSA, die mangelnde Verfügbarkeit von Breitband abbauen. Es könnte die Verfügbarkeit freier Netzzugange erhöhen. Es könnte sich beispielsweise für Plattformneutralität einsetzen. Es könnte Wirtschaftsförderung betreiben durch offene Standards und Unterstützung neuer Software-Sicherheit made in Germany. Für die Durchleitung von EU-Fördermitteln gründen wir dann ein Durchleitungsamt. Das haben die Beamten dort mit Sicherheit gut im Griff. Die Abwicklung des Kohlebergbaus übernimmt das Umweltministerium. Und die Energiewende, die ist dank des tatkräftigen Einsatzes von Frau Kraft sowieso erst mal gestorben. Wozu auch auf saubere Energien setzen und auf Zukunftsorientierung, wenn wir die alten Kohlekraftwerke so lange wie möglich weiterlaufen lassen können? Das ist nämlich genau das, was Frau Kraft auf Bundesebene mit den Kollegen der CDU ausgewürfelt hat. Spiegel Online zitierte dazu einen Lobbyisten der Kraftwerksbranche, der sagte, Frau Kraft macht gerade meinen Job. Gut zu wissen, die Bezeichnung Kohlekraft erhält hier eine ganz neue Bedeutung. Statt auf Modernisierung und auf innovative Wirtschaft setzen Kraft und Dün auf Rückschritt und die Energieerzeugung des letzten Jahrtausends. Das erhält uns kurzfristig möglicherweise ein paar Arbeitsplätze. Jetzt, aber gleichzeitig gehen in anderen Bereichen Arbeitsplätze verloren. Und langfristig wird uns diese Politik ins wirtschaftspolitische Abseits führen. Immerhin, das ist natürlich auch eine Art Wirtschaftsförderung, aber keine, die wir gutheißen können. Ins Abseits sollten wir uns nicht stellen. Herzlichen Dank.